Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Seehofer, Sie sagen, die Bundesregierung hat in einem halben Jahr hervorragende Arbeit geleistet. Das sehen 33 oder 31 Prozent der Menschen in diesem Land wie Sie. Ist es nicht erschütternd, und das sage ich jetzt mal ganz wertfrei, wenn hinter einer großen Koalition, die in den 70er-Jahren noch über 90 Prozent der Menschen hinter sich wusste, hinter denen noch heute vielleicht 40, 42, 45 Prozent der Wahlberechtigten stehen, wenn dann eine solche, muss eine solche große Koalition sich nicht Gedanken machen, wenn nur noch ein Drittel der Menschen der Auffassung ist, CDU, CSU und SPD leisten gute Arbeit. Vertrauen sieht für mich anders aus. Ich erlebe Sie oft als Mensch, der dieser Frage durchaus nachgeht, in Ihrem Artikel über Heimat. Wir hätten viel lieber über Digitalisierung gesprochen, aber Sie haben gesagt, Heimat, Zusammenhalt, Gemeinsinn, wie entsteht so etwas? Und diese Fragen sind zurechtgestellt. Aber liegt es nicht im Kern daran, dass die Politik, die Sie seit vielen Jahren betreiben, die Frau Merkel asymmetrische Demobilisierung nennt, eine Politik, die die realen, wichtigen Fragen der Mitte unserer Gesellschaft nicht mehr stellt, dass eine Gesellschaft, die ihre Gegensätze nicht ausdiskutiert, streitbar in der Sache und hart, aber fair und im Umgang und Stil, dass eine solche Gesellschaft auf Dauer die Ränder stärker macht und die Mitte schwächt? Wir müssen wieder mehr politische Debatten für die Mitte in diesem Land führen. Sie sagen, die Migrationsfrage sei die Mutter aller Probleme. Wir werden in den nächsten Jahren vor der Aufgabe stehen, nicht nur Einwanderung zu ordnen, sondern auch erfolgte Einwanderung sozusagen zum Erfolg zu machen. Und das wird sehr, sehr, sehr schwer, wie wir alle wissen. Und wenn Sie dann den Menschen, die zu uns gekommen sind, sagen, Sie sind die Mutter aller Probleme, den Deutschen, die aus Russland gekommen sind, den jüdischen Kontingentflüchtlingen, die in den 90er-Jahren gekommen sind, den Türken, den Moslems, wenn Sie diesen Menschen sagen, Sie sind die Mutter aller Probleme, wie soll eine Integration in diesem Land gelingen, wenn Sie quasi vielen Millionen ein personifiziertes Misstrauensvotum ausstellen? Ich glaube, das ist fahrlässig und brandgefährlich. Wir reden immer über die Fragen, die viele an den Rändern betreffen. Ich habe kein Verständnis dafür, dass in meiner Heimatstadt jemand, der seit vielen Jahren einen Arbeitsplatz hat und gut integriert ist, abgeschoben werden soll. Und ich habe kein Verständnis, dass im gleichen Gegenzug ein Gefährder, nämlich Sami A., gegebenenfalls, weil Sie es verunterlassen haben, eine entsprechende Aktivität zu entfalten, gegebenenfalls in unser Land wieder zurückgeholt werden muss. Das versteht niemand. Ein integrierter Arbeitnehmer muss gehen. Ein Gefährder für Leib und Leben von vielen Menschen muss zurückgeholt werden. Das ist doch ein Irrsinn und kann keinem erklärt werden. Und leider tragen auch die Grünen dazu nicht bei, dass wir dieses Problem lösen. Sie werden vielleicht von Ihren Wählern andere Fragen gestellt bekommen. Aber, ja, deswegen habe ich auch den ersten Teil so gestaltet, dass ich diesen Applaus bekomme. Aber man muss mal sagen, versteht irgendein Mensch, dass trotz der Prüfung, die im Einzelfall erfolgen kann, die Grünen sagen, Tunesien ist kein sicheres Herkunftsland, offen gesagt untergräbt das das Vertrauen in unsere Gesellschaft, was die Grünen im Bundesrat an dieser Stelle tun. Ich habe null Verständnis dafür. Ich habe Herrn Maaßen seit 2012 immer als jemanden erlebt, der gerne parlamentarischer Staatssekretär der CSU, CDU gewesen wäre. So hat er sein Amt ausgeübt mit einem politischen Überschuss. Man hat sich immer schlechter informiert gefühlt, wenn man nicht einer Partei angehört hat, die seine Partei war. Und insofern habe ich seit Langem nicht das Vertrauen, dass er wie ein Behördenleiter sozusagen mit preußischem Amtsethos alle gleichmäßig informiert. Er hat ein politisches Programm, und er unterlässt es, Vertrauen in diese wichtige Behörde aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Und das bedauere ich sehr. Am Ende ein Wort noch zu Herrn Corio. Ich mache mir eigentlich zum Vorsatz, darüber nichts zu sagen. Aber wer sagt, 1915 oder 1914 sei die eigentliche Urkatastrophe der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert, der lässt etwas aus, und der vermittelt mir den Eindruck, der sagt, ja, vielleicht für mich kann ich Ihnen sagen, ist der Erste Weltkrieg eine Urkatastrophe. Aber der Zweite Weltkrieg und der Holocaust ist die eigentliche Urkatastrophe der deutschen Geschichte. Und wenn Sie solche Sätze mit einer gewissen freudigen Erregung sagen, dann weiß ich, dass nach Ihrer stillen Revolution meine Werte in diesem Land nichts mehr bedeuten. Ich hoffe, es kommt niemals dazu, dass Sie diese Werte dann durchsetzen. Ihre Revolution stößt auf unseren Widerstand. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Victor Perle, Fraktion Die Linke.